Die Maschine wird betrieben von der Reservisten-Kameraschaft Flugdienst in Appen bei Hamburg. Sie betreibt mehrere Flugzeuge dieses Teams und kümmert sich um die Haltung von historischen Fluggeräten der Bundeswehr. For now, for now, ladies and gentlemen, we're just gonna let the engines do the talking. We're just gonna let's go. We're just gonna let's go. We're just gonna let's go. die nächsten Jahrzehnte. Die DC-6, natürlich, die Entwicklung der DC-4, DC-4 und der C-54, die Militär-Version der Flughafen, die beiden benutzt werden während der Berlin-Airlift. Die DC-6 ist eine sehr langer-range, Pressur-Iris-Version, die wir alle haben. Die Doppelsternmotoren mit 2x9 Zylindern, dasselbe triebt wie in der FNU Corsair mit jeweils 2400 PS. Und wir haben uns jetzt beim nächsten Überflug nochmal. Das wollte ja sonst werden, er hat auch einen gekämpft, er ist jetzt Kapitän bei der Luftkanzer und Ausbilder auf Airbus A330-340 und schiebt bei seinem US-Zero, die DC-6, also auf die T-28-Türmer, auf die B-25 fliegt, aber heute war er nicht da dabei. Und sein Grohl ist Philipp Heipower, ein Luma-Pilot, 1980 in Österreich, in Hallein geboren, hat auch er, dass wir ihn nie loslassen können und ist seit einiger Zeit fest angestellt bei den kleinen Bulls und möchte eigentlich auch alles, was im Hangar 7 steht, dort auch einmal selbstrichtend bewegen. Das war's für uns heute bei zwei der Flying Bulls-Pilots, Friedrich Handelmann, und ich muss ihn entschuldigen, weil wir gesagt, dass er die B-25 war, er hat eigentlich die DC-6 fliegt. Er hat die B-25 für Flying Bulls und auch der T-28 Trojan. Also Luftwaffe-Pilot und auch der Flug von Luftdanscher fliehen die A330 und A340. Also die Koppel mit ihm ist Philipp Heipower. Die Bahn European-Pilotaren ganze Zeit für die Koppel-Pilot, die die Koppel-Pilot-Spieler, der Timur-Pilot der A340, und die SEL 105-Pilot in der Every榴 Tropfen in Anfield. Er hat diese Koppel-Pilot zu sehr abhängigen, in den Koppel-Pilot in die F-27 in 2019. Sie hat auch einen Koppel-Pilot für den Janen. Sie hat die Koppel-Pilot. Vielen Dank. Vielen Dank.